Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Herzlich Willkommen, hier ist Jörg Löhr und nach einer kleinen Babypause, in der unsere zuckersüße Prinzessin Naila das Licht der Welt erblickt hat, freue ich mich, mit dir eine neue Podcast-Folge anzugeben. Ich freue mich, dass du dir wirklich diese Zeit nimmst und kann dir jetzt schon versprechen, diese Zeit wird eine gute Investition sein, denn ich habe wieder sehr viel wertvolles Wissen und ganz wichtig, sofort umsetzbare Tipps, die ich in die nächsten 20, 30 Minuten hier hineinpacken werde, damit du für dich Wertvolles rausziehen kannst. Und damit wollen wir jetzt schon sofort beginnen. Thema dieses Podcasts ist das Mindset. Und sicher hast du diesen Begriff schon oft gehört und gelesen und vermutlich in den letzten Jahren viel häufiger als in den Jahren zuvor. Mindset, man könnte sagen ein Modewort, ohne Frage, doch anders als vielleicht der allerletzte Schrei in Sachen Mode, wird der Hype um das Mindset anhalten. Das ist aus meiner Sicht in Stein gemeißelt, da bin ich zutiefst davon überzeugt. Einfach deshalb, weil dein Mindset tatsächlich über deinen Erfolg entscheidet. Ohne das richtige Mindset wirst du nicht die Dinge realisieren können, die dir am Herzen liegen. Und mit dem richtigen Mindset auf der anderen Seite ist so viel möglich. Ich erlebe das immer wieder in meinen Seminaren. Und die beste Nachricht ist, dass das Mindset nichts ist, über das die Gene bestimmen. Es ist nicht angeboren, du kannst es beeinflussen, du hast es in der Hand, welches Mindset du haben willst. Starten wir mit der Frage, was ein Mindset überhaupt ist. Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, Denkweise oder Einstellung, Mentalität oder Gesinnung. Und das sind alles nur ein paar Beispiele dafür. Und wie auch immer du es umschreibst, ob du einfach den englischen Begriff verwendest. Du hast wie jeder von uns ein Mindset und das ist im Laufe deines Lebens entstanden. Wie genau, das werden wir jetzt noch näher beleuchten. Genauso wichtig ist die Power deines Mindsets. Es ist so wie deine innere Kontrollinstanz oder sagen wir, es wirkt vielleicht eher wie ein Filter. Und damit meine ich, dass dein Mindset darüber bestimmt, wie du andere Menschen wahrnimmst, wie du deine Umgebung siehst, ob du Chancen siehst, die um dich lauern oder eher Gefahren. Und vor allem bestimmt dein Mindset dein Selbstbild. Also etwa darüber, ob du selbstbewusst oder ängstlich durchs Leben gehst. Für die Professorin Carol Dweck von der Stanford University ist das Mindset ein zentrales Lebensthema. Was mich besonders beeindruckt oder beeindruckt hat, das ist eine Erzählung von ihr. Da geht es um eine Schule in Chicago. Die Schülerinnen und Schüler dort müssen eine Reihe von Kursen bestehen, um ihren Abschluss zu bekommen. Also das ist glaube ich jetzt auch nicht anders als an manch anderer Schule dieser Welt. Nur an der Chicagoer Schule ist eines anders. Die Kids, die an der Kurse nicht bestehen, erhalten nicht etwa ein fettes Ungenügend oder irgendwas ähnliches in ihr Zeugnis gedruckt. Nein, sie bekommen die Note fast bestanden. Ist das nicht lässig? Ist das nicht klasse? Denn ungenügend oder durchgefallen, das wissen wir, das demotiviert natürlich Kids. Im Kopf der Kinder beginnt es nämlich sofort zu arbeiten. Ah, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, bin nichts wert, ich werde das nie schaffen, nie hinkriegen. Und wenn wir alle mal in unsere Schulzeit zurückgehen oder in irgendeine andere Prüfungssituation, ich glaube wir haben alle schon mal diesen Film erlebt. Mit dem kleinen Wörtchen fast wird ein ganz anderer Film erzeugt. Sowas wie, ich habe es fast geschafft, ich bin nah dran am Ziel, ich habe eine Perspektive. Plötzlich sieht die Welt irgendwie freundlicher aus, oder? Oder, okay, es hat noch nicht geklappt, doch beim nächsten Mal werde ich es schaffen. Das sind doch typische Sätze von optimistischen Menschen. Für Menschen, die an Wachstum orientiert sind. Solche Menschen haben ein Mindset, der sie auf Erfolg polt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Kinder auf normalen Schulen, die mit all den nicht bestandenen und ungenügend konfrontiert werden, werden in Richtung eines negativen Mindsets beeinflusst. Und die Glücklichen an der Schule in Chicago, die bekommen einen Kick in die Richtung positives Mindset. Das aber heißt, Mindset ist lernbar. Es ist nichts Fixes, nichts Unveränderliches, wie zum Beispiel die Augenfarbe von uns. Kinder werden sehr stark diesbezüglich von den Lehrern und Eltern beeinflusst, wenn es um das Thema Mindset geht. Und dazu berichtet Carol Dweck von einem Experiment, das sie mit Zehnjährigen gemacht hat. Sie wollte herausfinden, wie die Mädchen und Jungen auf Herausforderungen, auf Schwierigkeiten reagierten. Dweck gab den Zehnjährigen Aufgaben, die ein bisschen zu schwierig waren für ihr Alter. So, und was glaubst du jetzt, was passierte, was die Kids taten? Nur einige fanden das total cool, einmal so richtig gefordert zu werden. Sie freuten sich drüber, etwas lernen zu können. Einige, und das waren etwas mehr, waren geradezu aber verzweifelt. Sie empfanden es als eine Katastrophe. Und sie dachten so in etwa, oh je, jetzt schauen die, wie intelligent ich bin. Und sie stellen sicher fest, dass ich zu dumm bin, dass ich versagt habe. Die einen waren also darauf aus, zu wachsen, besser zu werden und die anderen hatten einfach nur Angst. Das ging bis hin zum Schamgefühl. Wie steht es mit dem ganzen Thema bei dir? Denk einmal zurück an deine letzte schwierige Aufgabe, richtig schwierige Aufgabe. Wie ging es dir, wenn du dabei knapp gescheitert bist? Konntest du trotzdem in einem guten Zustand bleiben? Dann kann ich nur sagen, congratulations, dein Mindset passt. Du siehst die Chancen, dich weiterzuentwickeln und du nimmst sie vor allen Dingen wahr. Für dich ist es offenbar auch ein Gewinn, etwas nur fast zu schaffen. Wie für die Kinder in Chicago, die einen Kurs nur fast bestanden haben. Nein, ich muss glaube ich besser sagen, Kinder, die einen Kurs fast bestanden haben. Das nur können wir, glaube ich, getrost streichen. Ist das auch bei dir so? Hast du dein Mindset bereits auf Erfolg gepolt? Es ist so elementar, dass wir das haben. Aber vielleicht hast du das knappe Scheitern eher wie eine Niederlage erlebt. Die Schüler, denen das so ging, fragte Carol Dweck, was sie denn beim nächsten Mal anders machen würden. Und die Antworten haben mich verblüfft. Sie antworten, sie würden halt mehr mogeln. Nochmal, mehr mogeln. Mehr mogeln statt mehr lernen. Mit einem solchen Mindset wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Zumindest keinen großen. In einer anderen Studie fand Dweck heraus, dass viele der verzweifelten Schüler sich mit anderen verglichen. Sie suchten nach solchen, die noch schlechter abgeschnitten hatten. Und damit fühlten sie sich besser. Denn offenbar waren sie ja jetzt nicht mehr die Schlechtesten. Das ist doch irgendwie ein, ich würde sagen, mieser Trick. Mies sich selbst gegenüber. Denn wer so handelt, der läuft einfach nur weg. Er stellt sich nicht den Problemen. Er stellt sich nicht den Schwierigkeiten. Und was mich wirklich total fasziniert hat, ist, dass man die Unterschiede zwischen den einen, nennen wir sie die Wachsenden, und den anderen, nennen wir sie die Fliehenden, sogar im Gehirn sehen kann. Wissenschaftler haben nämlich die elektrische Gehirnaktivität von Schülern gemessen, die eine Aufgabe nicht geschafft haben, die Fehler gemacht haben. Die Gehirne der Wachsenden zeigen dabei eine richtig große Aktivität. Offenbar kann also ein Fast durchaus beflügeln. Die Fehler werden verarbeitet, man geht der Sache auf den Grund und letztlich lernt man. Bei den Fliehenden dagegen fanden die Forscher kaum Gehirnaktivitäten. Sie ignorierten die Fehler, sie wollten nichts damit zu tun haben. Was können wir aus diesem Experimenten mitnehmen? Ich würde sagen, mehr Wertschätzung für das Fast. In meinem Seminar Einfach mehr Erfolg beschäftigen wir uns auch ganz explizit mit dem Thema Mindset. Und ab und an frage ich mal Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was sie von 90% Ergebnissen halten. Viele sehen das als Niederlage. Sie argumentieren, das ist ja wie bei einem Sportler, der einen vierten Platz bei der Olympiade hat. Mag sein. Hier werden aber das große Ziel und die Schritte dorthin verwechselt. Die Kinder an der Schule in Chicago brauchen natürlich auch am Ende ein Bestanden in den Kursen. Der Spitzensportler will wahrscheinlich am Ende auch die Medaille haben. Aber auf dem Weg dorthin reicht ein Fast bestanden oder auf den Sportler gemünzt ein vierter Platz bei einem kleineren Wettbewerb. Denn darauf lässt sich aufbauen. Das können wirklich so wichtige Schritte hin zur Erfüllung des großen Traums sein. Und du brauchst nicht um das wirklich, wir brauchen nicht immer dieses sehr gut. Ganz im Gegenteil. 90% zwischendurch können extrem motivierend sein mit dem richtigen Mindset. Denn sie sagen dir, du bist schon ziemlich gut, doch du musst dich noch ein bisschen mehr anstrengen. Und dann im entscheidenden Moment die 100%. Und ich kann dir sagen, das ist ein Sieg, der fühlt sich richtig gut an. Was heißt das nun alles für unser Thema? Was heißt das für den Mindset? Ich glaube, das Mindset muss ich besser sagen. Fokussiere dich auf den Prozess. Lob dich selbst für deine Ausdauer, für deine Strategien, für jede Verbesserung. Ein Hürdensprinter, ein Topathlet, der wird vielleicht sich an manchem Monat nur ein paar Hundertstel Sekunden verbessern. Schneller werden. Was auch immer du machst, auch in deinem Business, gibt es diese Hundertstel Sekunden. Und wenn dir das bisher als zu wenig erschien, dann ändere deine Einstellung. Denn es ist alles andere als wenig. Ich habe in meinen Seminaren sehr viele erfolgreiche Menschen kennengelernt. Ich durfte bereits, und das sehe ich als ein großes Privileg, mit sehr vielen bekannten Weltmeistern und Olympiasiegern arbeiten. Sie betreuen. Das Mindset all dieser Menschen gleicht sich in so vielen Punkten. Einer davon ist die Fähigkeit, alles was passiert, für den eigenen Erfolg zu nutzen. Also auch die kleinen Rückschläge, die Fast-Triumphel, die 90%-Ergebnisse. Wer diese Fähigkeit hat, der ist meist in der Lage, seine Motivation dauerhaft am Brennen zu halten. Und das brauchen wir für Spitzenleistungen. Solche Menschen zu entmutigen, das ist schwierig bis unmöglich. Denn die wagen unheimlich viel, weil sie keine Angst haben vor dem Scheitern. Echtes Scheitern wäre nur der Stillstand. Also gar nicht zu handeln. Und das ist für diese Menschen keine Option. Falls du dich jetzt fragst, ob auch du ein solches Erfolgsmindset bekommen kannst. Und wie der Weg dorthin aussieht. Dann kann ich dir die Antwort geben. Und sie bedeutet eindeutig, ja. Ja. Gewinner-Mindsets sind nichts Exklusives. Sie sind für jeden von uns erreichbar. Für jeden, der es erreichen will. Für jeden, der sich dafür anstrengen will. Und damit bin ich bei der Antwort auf die zweite Frage. Auf die, wie der Weg zum Mindset eines Champions aussieht. Und dabei ganz offen ist dein Mindset gerade eher das Mindset eines Fliehenden. Ja, dann wird es eine harte Arbeit. Das Wachstumsmindset gibt es einfach nicht umsonst. Es gibt dieses Mindset auch nicht für lau. Du musst dran arbeiten. Hart arbeiten. Viel Selbstdisziplin zeigen. Und noch mehr hart arbeiten. Mit diesem Mindset oder für dieses Mindset möchte ich dich wirklich inspirieren. Möchte dich auch ein bisschen dabei unterstützen. Auch mit diesem Podcast. Klar, was du bisher erfahren und erlebt hast, das hat dich geprägt. Das hat das Mindset von dir geprägt. Dabei spielt das Unterbewusstsein eine ganz große Rolle. Vielleicht hast du auch das Gefühl, als würde dich permanent jemand bremsen. Sehr wahrscheinlich ist der Bremser dein negatives Mindset, das sich im Unterbewusstsein festgesetzt hat. Der erste von fünf Tipps lautet, verlass so häufig wie möglich deine Komfortzone. Natürlich will dein Unterbewusstsein dich genau daran hindern. Wenn es nämlich von einem negativen Mindset bestimmt wird. Der innere Dialog hat dann solche Sätze auf Lager wie Du das nicht. Das geht wahrscheinlich sowieso schief. Oder Das ist einfach eine Nummer zu groß für dich. Bleib bei dem, mit dem du dich auskennst. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ihr kennt alle diese Sensationenssätze. Kämpf gegen diese und ähnliche Sätze an. Denn nur, wenn du neue Dinge wagst, wenn du etwas mit Risiko auch tust, dann wirst du neue Erfahrungen machen. Und nur neue Erfahrungen können dein Mindset verändern. Zweitens, suche dir schwierige Aufgaben. Ist dein Mindset eher statisch, wirst du froh sein über jede Routineaufgabe. Bei der hast du ja schon oft genug bewiesen, dass du sie lösen kannst. Doch nur mal ehrlich, bringt dich das irgendwie weiter? Ich glaube es nicht. Vor allem wirst du so die negativen Programmierungen in deinem Mindset nicht umswitchen können. Das funktioniert nämlich nur, wenn du deinem Unterbewusstsein beweist, dass es falsch liegt. Du musst ihm klar machen, dass das damals nur eine Momentaufnahme war und du dich wirklich weiterentwickelt hast. Denk an die Kinder, mit denen sich die Psychologin Carol Dweck befasst hat. Die mit dem Fass bestanden in einem Kurs. Die wiederholten diesen Kurs einige Zeit später. Bestehen sie, wird gar nicht erst ein negatives Mindset aufgebaut. Aber natürlich gibt es auch viele Schüler an anderen Schulen, denen man einfach dieses Ungenügend hinknallt. Bei denen kommt es jetzt entscheidend darauf an, ob sie es überhaupt noch mal versuchen. Kinder brauchen dafür viel Aufmunterung. Vor allen Dingen von uns, von uns Eltern. Hast du niemanden, der dich aufmuntert, dann sei selbst dein Motivator. Lass das bitte nicht als Entschuldigung gelten, dass da niemand da ist, der dich motiviert. Mach dir klar, dass eine Niederlage auf keinen Fall etwas Endgültiges ist. Und vor allen Dingen auch nichts über deine Fähigkeiten aussagt. Also such dir ruhig schwierige Aufgaben. Nur dort kannst du Erfolge erzielen, die dein Mindset ändern. Und schieb es nicht. Fang bitte gleich heute oder morgen, je nachdem wann du das jetzt hörst, an. Nutz deinen Arbeitsplatz dafür. Frag nach etwas, das dich richtig fordert. Und wenn du das nicht sofort bewältigst oder du Unterstützung dafür brauchst, das ist völlig okay. Schon eine gute Idee bringt dich weiter in Sachen neues Mindset. Es muss nicht diese ultimative Lösung sein, auf die alle, oder alles übertrieben, auf die viele warten und die eh dann nicht kommt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Drittens, verabschiede dich vom Perfektionismus. Wir alle wissen, dass nobody is perfect, niemand perfekt ist. Und doch streben manche Menschen genau danach. Sie versuchen alles bis aufs letzte i-Tüpfelchen zu optimieren. Erst dann sind sie irgendwie zufrieden. Oder oft einmal noch nicht dann. Denn man könnte ja irgendwie wieder eine Kleinigkeit übersehen haben. Wichtig für dich, verabschiede dich von diesem Wahn. Und um gleich einem möglichen Einwand von dir vorzubeugen. Ja, es gibt diese Jobs und Tätigkeiten, da liebe ich Perfektionismus. Und wenn ich heute Abend in den Flieger nach Hamburg steige, ja, dann liebe ich es, einen perfektionistischen Piloten zu haben. Der, der 80% der Flüge hinbekommt, da hätte ich dann schon ziemlich Bauchweh. Willst du aber, jetzt wird es wichtig, willst du aber immer perfekt sein, in allen Bereichen vergeudest du zu viel Energie. Das ist das, was Pareto, das Pareto-Prinzip aussagt. Das besagt, dass wir 80% der Ergebnisse mit 20% des Aufwandes erreichen. Jetzt mag vielleicht auch jemand den Gedankengang haben, dann arbeite ich also einfach nur noch mit 20% der Zeit, die ich bisher eingesetzt habe, 80% der Ergebnisse reichen mir eher dann. So leicht können wir es uns leider an der Stelle nicht machen. Du wirst stets eine Menge Zeit brauchen, auch für alle möglichen Aufgaben, die nicht direkt zu den Ergebnissen führen. Routine-Aufgaben zum Beispiel, Unterlagen ordnen, Belege ausfüllen, Smalltalk am Telefon, E-Mails beantworten. Du kennst das Ganze. Der Punkt ist, würdest du all das auch noch perfekt machen wollen, dann wird es ziemlich stressig für dich. Und das ohne irgendeinen großen Output. Deshalb streiche bis auf wenige Ausnahmen den Perfektionismus aus deinem Mindset. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin bei Seminaren, in der Vorbereitung, in der Ausarbeitung. Ja, da bin ich absolut perfektionistisch. Aber alles drum, drumherum, da kann ich an vielen Punkten einfach mittlerweile auch loslassen. War nicht immer ganz so. Und das ist am Anfang schon schwierig, wenn du dich dafür entscheidest. Doch nach und nach, du wirst es immer mehr lieben. Du wirst lockerer. Und das Entscheidende, du wirst viel effektiver. Viertens, üb dich in Geduld. Viele Menschen kokettieren geradezu damit, so ungeduldig zu sein. Ungeduld, das scheint einfach für manche zwingend zum Erfolg dazu zu gehören. Man weiß, was man will und man will es sofort. Super, sage ich dann, wenn ich das in Seminaren von Teilnehmern höre. Super, was den ersten Teil des Satzes betrifft. Ja, du musst wissen, was du willst. Ganz klar und ohne jede Einschränkung. Mit dem sofort, finde ich, sieht es anders aus. Kein Konzernchef, den ich kenne, ist das sofort geworden. Kein Schauspieler meines Wissens hat den Oscar für seine erste Rolle bekommen. Das Mindset sehr erfolgreicher Menschen enthält eine sehr wichtige Zutat, nämlich Geduld. Arbeite konsequent auf deine Ziele hin. Aber erwarte nicht, nicht heute oder spätestens morgen dort zwingend anzukommen. Mit einem wachstumsorientierten Mindset macht auch das auf dem Weg sein Spaß. Du lernst permanent dazu, du entwickelst dich weiter, genießt das. Ich habe das Vergnügen gehabt, den Europacup zu gewinnen, mehrfacher deutscher Meister, damals im Handball zu sein. Aber ich habe auch noch im Kopf, als wir bei den Kreismeisterschaften in der Jugend es nicht ganz geschafft haben. Für mich, im Nachhinein würde ich sagen, war das ein Fastbestanden. Pure Motivation, weiter an sich zu arbeiten, sich weiter zu verbessern. Und damit kommen wir zum letzten, zum fünften Tipp. Plane Rückschläge ein. Es soll ja Menschen geben, die werden von Weihnachten jedes Jahr überrascht. Also davon, dass es immer so plötzlich kommt. Und das auch noch, wie gesagt, jedes Jahr. Was das mit unserem Thema zu tun hat, kann ich dir sagen. Auch Rückschläge kommen für viele total unerwartet. Dabei sind sie etwas ganz Normales. Wie viele Spiele habe ich in meiner Laufbahn verloren? Manches Finale nicht gewonnen. Es ist etwas, was so sicher eintritt, wie ab und zu ein Schnupfen oder eben gerade Weihnachten. Nur Menschen mit einem statischen Mindset verdrängen das. Umso mehr sind sie dann immer wieder geschockt, wenn etwas nicht so funktioniert hat. Erinnere dich bitte nochmal an die Studien, die wir am Anfang des Podcasts erwähnt haben. Mit einem Mindset, in dem Niederlagen etwas Furchtbares sind, wird Flucht zur typischen Reaktion. Und das Einzige, was für dich in Frage kommen sollte, ist dieses wachstumsorientierte Mindset. In dem sind Niederlagen nichts Schlimmes. Sie sind sogar notwendig und macht dir immer wieder klar, dass dich ein Fehler nicht zurückwirft. Er kann dich sogar nach vorne katapultieren, weil du gezwungen wirst umzudenken, einen anderen Ansatz auszuprobieren. Auch mal Anregungen von anderen, von Kollegen oder Freunden aufzunehmen. Das ist ungeheuer spannend, wenn du es so siehst. Schau dir die Natur an. Auch da reagiert das Prinzip von Versuch und Irrtum. Am Ende setzt sich aber genau das durch, was am besten zu den Umweltbedingungen passt. Gib dir selbst diese Chance, für dich herauszufinden, wo es lang geht. Die Stolpersteine, denen du begegnen wirst, die werden dich nicht umwerfen. Aber sie werden das Beste aus dir herausholen. Glaubst du daran, hast du schon ein Mindset, das auf Erfolg gepolt ist. Noch einmal kurz zusammengefasst. Verlasse so oft wie möglich deine Komfortzone. Such dir schwierige Aufgaben. Sei nicht so perfektionistisch. Übe dich in Geduld. Und akzeptiere noch besser. Begrüße Rückschläge. Mit diesen fünf Punkten schaffst du dir ein Mindset, das dich pusht, statt dich permanent einzubremsen. Allerdings ist die Änderung des Mindsets, das ist wichtig, dass du dir das auch bewusst machst, ein Prozess. Und der wird nicht von heute auf morgen gelingen. Um das zu verstehen, brauchst du dir nur klar zu machen, dass auch ein negatives Mindset sich meist über eine lange Zeit, über viele Jahre hinweg entwickelt hat. Doch keine Sorge, du wirst nicht viele Jahre warten müssen, weil du weißt, worauf es ankommt. Zum Abschluss noch ein Tipp, der dir hilft durchzuhalten und er beschleunigt den Prozess, weil er dir zusätzliche Motivation gibt. Der Tipp lautet, feiere deine Erfolge. Nochmals, feiere deine Erfolge. Damit meine ich zum Beispiel den ersten Rückschlag, der dich überhaupt nicht geschockt hat. Oder das erste Projekt, bei dem du nicht alles überkorrekt machen wolltest. Oder deinen Mut, etwas völlig Neues anzupacken. Du weißt noch nicht, was dabei herauskommt. Umso besser, denn das ist die tatsächliche Herausforderung. Und du weißt, genau so etwas bringt dich richtig voran. Wenn ich dich bei deinem Mindset weiter unterstützen kann, wenn du Lust auf Erfolg hast, wenn du mehr wirklich erreichen willst, dein Potenzial entfachen willst, dann bitte notier dir, wir werden das demnächst auch auf der Website bei uns veröffentlichen, ich schätze mal so in ein oder zwei Wochen, dann notier dir bitte das Seminar Einfach mehr erfolgt. Die Termine 2019 sind der 29. bis 30. Juni in Augsburg und dann vom 26. bis 27. September in Heilbronn. Zwei Tage mit entscheidendem Wissen und neuesten Erkenntnissen. Zwei Tage, die dich ins Handeln bringen werden, die dir wirksame Mentalstrategien vermitteln und das Ganze mit einer geballten Ladung an Motivation und Inspiration, mit ganz vielen Tipps, Strategien, um deine Träume und Wünsche zu verwirklichen, um Resultate zu erzielen. Und all das zu einem Preis, den es in der Form noch nicht gegeben hat. Lass dich überraschen, wir werden dich sicherlich informieren über verschiedene Kanäle. Zwei Tage, die sich wirklich lohnen. Der Titel nochmal ist Einfach mehr Erfolg. Der Subline Inspire Your Life. Zwei Tage, das wird wahrscheinlich mein persönlichstes Seminar sein, was ich jemals zum Thema Persönlichkeit und Erfolg und Motivation hier gegeben habe. Lass dich überraschen. Jetzt sage ich Dankeschön, dass du dabei warst. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst, damit ich dir immer wieder Woche für Woche neuen Input geben darf. Und wenn du das Ganze positiv bewertest auf iTunes, dann sage ich jetzt schon ein herzliches Dankeschön. In diesem Sinne wünsche ich dir für die nächste Zeit das richtige Mindset und verdammt viel Erfolg. Dein Erfolgscoach Jörg. Dein Erfolgscoach Jörg.